Also, Corona geht was. Mir geht es sehr gut. Was mich antreibt, ist mein Job, meine Kultur, mein Überleben. Ich drehe gerade einen Fernsehfilm in Hamburg und einen Fernsehfilm in Berlin. Und ansonsten male ich in meiner Freizeit meine Bilder. Und, ja, meine aktuellen Gedanken muss nicht jeder wissen. Corona, was kommt? Meine Pläne sind, ja, weitermachen. Meine Hoffnung ist, dass nicht so viele auf der Strecke bleiben. Und meine Erwartung an die Zukunft ist, dass die Menschen aufeinander achten. Mein Zeithorizont von einem Jahr ist, ja, ich will wieder Theater spielen. Und weiter Filme drehen, weiter Bilder malen. Corona, was braucht es? Tja, damit die Kultur am Leben bleibt, muss man woanders sparen, ganz klar. Ja, aber es kostet alles viel Geld, die ganzen Tests, die Maßnahmen, jetzt der Impfstoff. Also, ich würde einfach mal zum Beispiel keine Flugzeuge mehr bauen, also Militärflugzeuge. Ich würde auf allen richtigen Stellen sparen. Ich glaube, die Bundeswehr braucht auch kein neues Gewehr oder so. Wird auch immer darüber diskutiert. So ein Bullshit. Mein Corona-Statement? Einfach mal die drei Regeln halten. Abstand, Maske, Hände waschen. Oder auch gerne zuhören. Weil so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Aber auch gerne zuhören.